Ich möchte noch fortfahren, noch einmal. Heute letztes Teil sozusagen. Das Thema war erforscht die Schrift. Letztes Mal haben wir ein bisschen angetastet Epheser 2, 20 bis 22. Wir sind eigentlich dort, haben wir alles so durch. Ich werde vielleicht ein bisschen nur auf Aposteln stehen bleiben. Lasst uns zuerst durchlesen. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Ich habe mich erinnert, wie ich letztes Mal so peinlich war. Was vorbei ist, ist vorbei. Heute sei wachsam. Weil alle gucken jetzt auf dich. Das ist Spaß. Alle wissen, dass er dort Bibel liest, oder? Dass er nur so sehr aufmerksam zugehört hat, dass er aufgebaut hat. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Ich denke, über Propheten haben wir genug geredet. Ich habe aus Petrus gelesen, und das war eigentlich ganz klar. Dass den Propheten damals offenbart war, das, womit wir heute leben. Им было открыto, aber ihnen nicht bescheuert es, sagen wir so, жить in diesem Zeitpunkt. Denen war das damals offenbart, aber die haben nicht das Glück gehabt, in dieser Zeit zu leben. Сам Jesus сказал, dass многие желали, говорят, Prorok, Цари, священники, желали бы видеть und жить вот в это время, в котором вы сейчас живете. Но selbst Jesus hat gesagt, viele Propheten hätten gewünscht, sich in dieser Zeit zu leben, aber die können das nicht. Und hier kannst du nichts tun. Jeder lebt in seiner Zeit. Vielleicht jemand von uns wird noch leben zu dieser interessanten Zeit, wenn die Gemeinde entrückt wird. auch nicht alle haben Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch lebe oder nicht. Weil das Leben geht so langsam in den Sonnenuntergang. Und wie viele Jahre werden noch auf der Erde hier sein, bis Jesus kommt, weiß ich nicht. Die jungen Menschen haben mehr Chancen, diese Zeit noch zu erwischen. Aber auf jeden Fall wird das absolute, gute und grandiöse Zeit sein. Das wird überhaupt wunderbar sein. Es bleibt nur allen, sich zu wünschen, damit jeder von uns einer von denen sein kann, die hören, den Schall dieser siebten Posaune und werden nach der Schrift zur Wolke emporgehoben. Das ist mein Wunsch an alle. Und die, die früher entschlafen werden, ohne das so weit abwarten zu können, ich glaube, dass wir dann von oben schauen werden. Wie wird das alles geschehen? Ich glaube, dass Gott uns erlauben wird, das mit anzusehen. Weil der ganze Himmel wird in Bewegung kommen, das ist 100%. In diesem Moment wird der ganze Himmel in Bewegung kommen. Die ganzen Engel, die ganzen Erzengel werden ganz aufgeregt sein und fokussiert auf das, was auf der Erde geschehen wird. Weil der Bräutigam wird losziehen, um seine Braut abzuholen. Das wird ein mächtiger Tag sein. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass da so eine Bewegung im Himmel stattfinden wird. Und Papa wird sagen, schaut, alle Wolken werden beiseite geschoben. Schaut, wie wird das aussehen. Und diese Hochzeit abruft auf dem возdurchsten Scharen wird sehr tustlos aussehen. Und so eine Hochzeit, wenn ein Paar sich traut auf einem Heißluftballon, wird sehr, sehr schwach und mager aussehen im Vergleich zu dieser anderen Hochzeit. Stellt euch vor, auf einer Wolke von allen Seiten der Erde werden die sich dort versammeln, um dem Herrn zu begegnen. In den besten Fantasien kannst du dir sowas nicht ausdenken. und das wird ein Fest sein. Aber bis zu diesem Moment werden wir noch leben und unsere Aufgaben hier auf der Erde erfüllen. und versuchen die gewissenhaft zu erfüllen. Weil im Reich Gottes wird voll Ordnung herrschen. Werte daran? Da, wo Jesus Christus Herrscher und König sein wird, kann keine Unordnung herrschen. Wenn die Menschen so begeistert waren schon hier auf der Erde mit den Ordnungen im Reich von Salomon, dann wird das Universum begeistert sein. mit den Ordnungen und mit den Regeln, die im Reich unseres Herrn Jesus Christus herrschen werden. Träumt davon. Das ist gut. Und tröstet einander mit diesen Worten, wenn es euch traurig geht, wenn drumrum sieht alles aus, als ob alles zusammenbricht. Wenn der Teufel versucht, alle anzugreifen und uns auch, mit Angst, jetzt mit Corona, Angst des Todes und so weiter. Tröstet einander mit einer besseren Hoffnung, die allen Glaubenden gegeben ist. Amen. Halleluja. Wirklich tröstet einander damit. Verbreitet nicht Gerüchte von Angst und sowas. Die erste Gemeinde lebte in Erwartung und in Freude. Niemand von ihnen hat irgendwelche große Trübsal Zeit oder Antichristen erwartet. Nirgendwo steht geschrieben, dass die auf einen Antichristen gewartet haben. Und deshalb in Angst gelebt haben. Und selbst Jesus hat gesagt, wenn ihr hört diese furchtbaren Sachen, was müssen gläubige Christen machen, а до этого еще что они должны сделать? Häupte erheben und sich nicht fürchten. Erhebt eure Häupte. Nicht nach unten absenken. Alles so furchtbar und schlecht und so furchtbar schrecklich. In Wirklichkeit viele Christen senken den Kopf und wirken auf viele andere mit diesen Ängsten. Sehr oft muss ich meine Stimme erhöhen sogar auch mit meinen Verwandten und muss ich dann sagen ganz klar hört auf alles in schwarzer Farbe drum rum zu sehen. Ein Christ muss im Gegensatz bunte Bilder sehen. Wir haben doch eine Zukunft die uns verheißen wurde vom Herrn. Jesus hat doch gesagt wenn ihr das alles hört über diese Dinge erhebt eure Häupter. Warum? Weil für euch kommt jetzt gerade Erlösung. Bestrafung kommt für die die zurück bleiben werden. und Erlösung erhebe dein Haupt und schau und erwarte und freu dich schau etwas weiter als das was der Teufel dir vor sie wird. Schau hinter diesem Zaun etwas weiter потому dass das Reich Gottes kommt nahe mit jedem Tag immer näher растет und du bist ein Teil in diesem Bau in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn auf dem auch ihr sag auch ich noch mal auch ich auch ich bin ein Teil Gott auch wenn vielleicht nicht große Steine und kleine aber ich lege sie mit auf diese Wand Amen Halleluja Stell dich drauf ein auf Gott möchte in jedem von uns einen Erbauer vom Reich Gottes sehen der ein Anfang hat aber niemals ein Ende sein wird понимаешь w какой grandiosen strói Gott позволil нам участвовать Halleluja verstehe in welchem grandiosen Bau Gott uns erlaubt hat ein Teil zu sein это тебе не bam это тебе не bam российская российская ладно скажу по небес что поняли это вам не аэропорт berлинский хоть он долго долго строится и все 都 говорят auch wenn er ganz ganz lange gebaut будет и alle с Aber auch der wird irgendwann mal fertig gebaut sein. Und das ist ein Reich. Wird niemals zu Ende sein. Halleluja. Und das ist so wunderbar. Nehme es an und freu dich. Wenn sich etwas ändert und Gottesdienste wieder geschlossen werden, erinnere dich an diese Predigt heute. Oder an diese Einleitung in diese Predigt. Baue und freu dich. Итак, wir haben über Propheten gesprochen. Apostel, das ist auch der Fundament von diesem Bau. Auf der Grundlage von Aposteln, Propheten und Jesus wie ein Eckstein. Отkровение 21.14 und noch eine interessante Stelle, die uns bestätigt, inwiefern die Apostel wichtig sind in dem Erbau des neuen Jerusalem. Weißt du, bei Gott ist alles miteinander verflochten. Damit wir Verständnis haben und Offenbarung haben. Hier steht geschrieben, und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundlagen und auf denselben zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Grund der Mauer. Der Fundament von der Mauer. Fundament, das ist immer sehr wichtig. Merkt auf, dass hier auf dem Fundament sind aufgeschrieben die Namen von Aposteln. Und die Namen von Patriarchen sind aufgeschrieben auf den Toren. Auch eine gute Stelle. Das ist auch ehrenhaft. Aber Fundament ist viel wichtiger. Wenn Fundament nicht richtig gegossen wurde, wird der ganze Bau zusammen. Auf einem Fundament kannst du auch schon ein schönes Tor hinstellen, sieht schön aus. Aber wenn Fundament kaputt geht. Und das ist Fundament vom neuen Jerusalem steht geschrieben. Und Gott hat so gemacht, dass im Fundament von diesem neuen Bau das wird aufgebaut auf der Lehre der Apostel. Nicht auf der Lehre oder auf dem Gesetz von Mose. Und auch nicht sogar diese zwölf Patriarchen. Die haben deren bestimmten Platz in diesem Bau. aber die sind nicht fundamental. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Dieser Tempel, der Bau von diesem Tempel haben wir gelesen. In dem wir auch ein Teil sind. In neuem Jerusalem. Und Hrama sagt, ich habe da nicht gesehen. Hrama, ich habe da nicht gesehen. Ein Tempel habe ich dort nicht gesehen, sagt er. Warum? Написано, weil der Herr selbst ist sein Tempel. Jesus wird wie ein Tempel sein. Wir sind in ihm dorthin gesetzt. Amen. Und er ist wie ein Tempel. 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 Licht gibt es dort auch nicht. Weil er leuchtet. Halleluja. Halleluja. Das ist so wunderbar. Das ist nur so nebenbei. Aber das muss man gut wissen, das ist unser Fundament ist auf der Lehre der Apostel. Und vertiefe dich in diese Lehre. Schuvi bei dieser Lehre. Lebe nach dieser Lehre. Und du wirst erfolgreich sein. Und du wirst erfolgreich sein. Und dir wird es gut gehen im Leben. Halleluja. Halleluja. Apostel haben die Möglichkeit, die Menschen und die Jünger vorbereitet, sie unterwiesen. Und auf diesem Fundament wurde eine gute Gemeinde aufgebaut. Einer von solchen Jüngern war Timotheus gewesen. Das war so ein treuer Jünger. Mehr solche Timotheus sollte man in der Gemeinde haben. Er war zwar noch jung. Deshalb, Halleluja, preis den Herrn Paulus hat Glück gehabt. Auch junge und auch alte Timotheus fehlen heute in heutigen Gemeinden. Viele sind so versunken in seinen eigenen Träumen und Wünschen, sein eigenes aufzubauen, nicht von der Gemeinde. Würde man aber sich wünschen, dass wir nicht vergessen, was unsere Berufung ist. das Reich Gottes aufzubauen. Natürlich, hier auf der Erde haben wir auch bestimmte Verantwortung und bestimmte Aufgaben und das müssen wir auch in Betracht ziehen. Aber sucht zuerst was? Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Kerasinoe Lampen, damit es hell ist, oder was? Die Bibel sagt, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und wenn die Christen wirklich verstehen würden, dass es der Schlüssel zum Erfolg ist und nicht deine, dass du Kräfte investierst und dich investiert in etwas. Viele würden weniger arbeiten und besser leben. Pastor, bist du wohl gegen Arbeit gegangen? Bist du dafür, dass man wohl faul sein soll? Nein. Von 14 Jahren bin ich schon in einer Firma habe ich gearbeitet. Drei Monate von meinen Ferien habe ich auf einem Bau verbracht. Mit meinem Vater in einem Team, Bauteam gearbeitet. Und seitdem, bis jetzt immer gearbeitet. Unterschiedliche Arbeiten nicht immer auf dem Bau. Aber immer habe ich gearbeitet. Deshalb bin ich nicht dafür. Faulen werden das Reich Gottes nicht erben. Aber es gibt gewisse Prinzipien in der Bibel. Und einer von denen ist Prежде всего das Reich Gottes. Ich habe immer versucht nach diesem Prinzip zu leben. Wenn man etwas brauchte für das Reich Gottes oder im Reich Gottes, habe ich von rechts und links alles andere abgesagt. Manchmal gab es Momente, wo ich wollte im Reich Gottes absagen. Es war Gottesdienst und ich sollte eigentlich da sein. Meine Frau war schwanger und die musste bald schon gebären. und ich musste weit fortfahren zu diesem Gottesdienst. Und irgendwie hat auch das Gewissen so ein bisschen geplagt, nicht schlimm geplagt, aber so ein bisschen geplagt. Und die Frau zurücklassen, die jetzt gerade gebären kann in dieser Nacht oder in der nächsten. Und ich dachte so, wahrscheinlich bleibe ich doch lieber zurück. Спасибо Богу за мою Жену. Она меня говорит, aha, останешься. Die sagt, was, du bleibst, fahr jetzt. Interessant, wirklich. Женщины, проверьте себя, кто из вас так бы сделал. Большинство бы сказали, ты поедешь, да никуда ты не поедешь, die совесть есть. Die meisten hätten gesagt, du fährst, wohin fährst du, unverschämter. Она мне говорит, nee, 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 ты поедешь. Nein, nein, du fährst jetzt. Езжай. У меня, вот здесь Schwach жил, пару домов дальше от нас. Zять, вернее. Meine сестры, муж. Две ночи подряд, он возил в роддом. Два Нечте hintereinander hat er welчих in den Kreißsaal weggebracht. На ночь жену свою вывез, на следующей ночь мою жену вывез. На ночь seine Frau и на ночь мою жену вывез. Можно об этом diskutировать по-разному. Man kann darüber unterschiedlich diskutieren. Если бы она конечно сказала, да, да, оставайся, я бы конечно не остался. Nein, bleib jetzt, wäre ich natürlich geblieben. Не об этом речь. Но есть у людей очень маленькое чувство служениям, перед царством Божьим. Но meistens имеют очень wenig Verantwortung в гостесдienst, в динствии для Herrn. Мы так очень высокопонимаем. Вот. Ну, церковь, она без меня перебежит. Там же много народов. Справятся, сделают, что сделают, там сделают, все сделают. тоже делают. Конечно, в итоге получается, что одни и те же все делают, несколько человек и остальные все думают, что кто-то сделает. Ну, в царстве Господнем вы точно получите определенную достойную награду. Я говорю, в речи Господнем вы получите достойную награду. Я говорю, абсолютно уверен в этом. Даруба bin я überzeugт, ganz überzeugт, потому что Господь в долгу не остается, weil der Herr wird не schuldig bleiben. и каждый получит свою награду. Но хотелось бы, чтобы уже здесь мы все-таки были внимательны. Но вы бы бы здесь уже здесь так внимательны. Кому Господь призывает. Мы все знаем, что здесь на земле это все проходящее. Все знают. Все верующие абсолютно. Все проходят. пройдет. wissen, что все будет пройдем. А куда ты инвестируешь охотнее и больше? Но вовремя инвестируешь ты больше и больше? Знаем, но так охотно инвестируем только в это плотское, материальное. Но нам поможет нам Господь сегодня жить, имеющие как не имеющие как не имеющие в свободе и в свободе от всего, что у нас есть. Чтобы Богу не пришлось отрывать нас от земли. от земли от земли мы должны понять, чтобы на облаке быть восхищенным, у отрывать на земли один принцип, один закон как минимум нужно будет ignorировать и преодолеть. Какой закон? закон притяжения земли это правительство облаке ? его нужно преодолеть иначе остаешься здесь. И вот представьте себе, Und stellt euch jetzt so vor, die Erdanziehungskraft ist zum Beispiel neun Ball oder wie? Ja. Neun Ball. In Ball werden wir das messen. Ja. Braucht man dann mindestens, dass die Himmelanziehungskraft mindestens zehn Ball ist. Wirst du dann langsam hochsteigen, aber du wirst hochsteigen. Wenn der Herr lange auf der Wolke warten wird. Aber ich denke, braucht man dann wenigstens so 18. Weil in meiner Bibel steht geschrieben, in einem Augenblick wird alles geschehen. Schnell wird das geschehen alles. Und stell dir vor, dass deine Erdanziehungskraft, das ist nicht neun Ball. Das ist schon 19. So bist du festgeklebt an die Erde. Wir so reingewurzelt euch. Uns hält so fest die Erde. Manche brauchen Gurken gießen. Das ist jetzt Spaß. Das ist Spaß. Und jemandem noch irgendwas. Nein. Aber inwiefern jeden von uns die Erde hält, das ist Frage für jeden persönlich. Aber wenn ich zu sehr festgeklebt bin an die Erde, kann Erdrückung an mir vorbeigehen. Paulus schreibt dem Timotheus. Was schreibt er ihm? Was schreibt er ihm? Was schreibt er ihm? Und er ist ja nicht. Und er ist ja nicht. Und er ist ja nicht. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die vermögen sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott gegeben und nütze zur Lehre, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Auf das der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Paulus sagt dem Timotheus, bleib in dem, was du gelernt wurdest. Und das, was dir anvertraut wurde. Was war ihm gelehrt oder anvertraut? Ein Dienst wurde ihm anvertraut mit Apostel Paulus. Und Paulus hat ihm unterwiesen, was er machen soll. Und wenn Paulus nicht da war, er konnte ja nicht gleichzeitig überall sein, hat er Timotheus' Geschichte geschrieben. Timotheus hat dann bestimmte Dinge gelenkt in der Gemeinde. Und hat Diener dahin gestellt, steht geschrieben. Und auch vieles andere. Und Paulus sagt, bleib in dem, was du gelernt hast. Und das, was ich dir anvertraut habe, in diesem Verbleibe und sei da drin. Und unterstreicht. Und также не забывай, от кого du научился. Und vergiss aber auch nicht, von wem du das gelernt hast. Durch wem du unterwiesen wurdest. Erinnere dich. Dass du auf dem Fundament der Apostel aufgebaut wurdest. Du kennst meine Geschichte als Apostel. Und ich möchte dir sagen, dass du in diesem verweilen sollst. Und dazu noch sagt er, du kennst doch die Schrift. Du hast doch von Kind auf die Schrift gelesen. Und ich habe dich unterwiesen in dieser Schrift. Чтобы du увидel, вот это новозавetliche служение в Писании, оно уже сокрыто было. Damit du in der Schrift siehst diesen neutestamentlichen Dienst, der war schon in der Schrift verborgen. Diese Schrift können dich zur Seligkeit durch den Glauben bringen. Pожалуйста, не пишите, остановитесь, там не Моисей. Nochmal den Satz. Zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, hatte ich doch gesagt. Aber in Christo Jesu ist noch fehlt. Ja, okay. Ich wollte опять поймать некоторых. Ich habe gesagt, спасение в Моисея. Pисание, написано. Pисание. Знаете, es gab noch kein neues Testament damals. Und Paulus sagt, du kennst doch in der Schrift von Kind auf. Und ich habe dir aber in dieser Schrift Jesus Christus gezeigt. Meine Interpretation. Meine Interpretation. Вот оно, спасение. Hier ist die Erinnerung. Hier ist die Erinnerung. Durch Glauben in Jesus Christus. Hier ist die Erinnerung. Durch Glauben in Jesus Christus. Hier ist die Erinnerung. Haltet das fest. Und nicht, слушай всех подряд, die wieder объявrieren Christus. Und höre nicht allen möglichen zu, die Christentum wieder jüdisch machen wollen. Paulus hat gekämpft gegen dieses. Показывая во всем Иисуса Христа. Indem er in allem Jesus Christus gezeigt hat. Und damit Timotheus auch immer auf Christus schaut. Halleluja. Halleluja. Und weiter sagt er, die ganze Schrift ist, Die ganze Schrift ist erfüllt mit Geist Gottes. Und das ist gut für gewisse Dinge. Für Unterweisung. Man kann lernen aus der Schrift. Man kann lernen in einer Hochschule. Man kann lernen bei Astrologen. Man kann lernen bei Astrologen. Bei wem kann man noch lernen? Man kann in vielen Orten lernen. Aber kann man sowas Falsches erlernen? Sowas Irrführendes. Und deshalb Paulus sagt, Timotheus, das Beste ist, wenn du dich in die Schrift vertiehst. Weil das wird gut zur Unterweisung sein. Und ich habe dir das Prinzip gezeigt. Wie man dort Christus finden soll. Und auf diesem Grund, Befestige dich. Das ist gut zur Unterweisung. Zur Ermahnung. Man kann Schrift lesen und die ermahnt einen. Waldemar, was redest du da? Willst du jemanden hier beleidigen? Hier musst du dich verändern. Und hier lebst du so nicht ganz christlich. Bывает oder nicht? Gibt es sowas? Wenn ihr liest. Die Schrift, die Schrift, und die fängt euch an zu ermahnen. Vdurch, auf einmal wird es lebendig. Und das ist gut zum Ermahnen. Und das ist gut zur Veränderung. Das ist gut, um sich zu verändern. Aber damit man verändert werden kann, du musst zuerst mit der Schrift einverstanden sein. Weil wenn du nicht einverstanden sein wirst, von sich selbst wird nichts geschehen. Zumindest muss man selbst sehen, ich brauche Veränderung in diesem Bereich. Und komme dann zu Jesus. Indem du hoffst auf seine Gnade, auf seine vollkommene Gnade. Nichts anderes kann dich verändern als nur die Gnade des Herrn. Und vertraue darauf. Sehe das, sei diesem bewusst und hoffe völlig auf diese Gnade. Vertraue dich an diese Gnade. Und letzter Punkt, für die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist begründet auf vielen Werken, oder? Auf guten Werken. Je mehr hat man getan, umso mehr Gerechtigkeit hat man. Ist das so? So. In dieser Gerechtigkeit muss man befestigt werden. Wir werden nicht gerechtfertigt durch Werke. Das ist ganz klar geschrieben. Wir werden gerechtfertigt mit Glauben. Und egal wie viel ich sagen werde, wie gut ist das, in der Gemeinde zu dienen, zu dienen für die Gemeinde. Das alles macht den Menschen nicht zu einem Gerechtigkeit. Ein Gerechtigkeit macht einen Gerechten und nur der Glauben an Jesus Christus. Versteht ihr das? Und von da darf uns niemand herausreißen. Weil wenn jemandem gelingt, dir in das Herz hineinzulegen, dass du einen Haufen Werke tun musst, um ein Gerechter zu werden, dann wirst du niemals Erfolg in Gott haben. Ja, was dann jetzt? Dienen im Reich Gottes oder nicht dienen? A вот именно как раз все эти 5 Punkte, die wir jetzt прочит haben, und die Schrift sehr stark sagt, das und das und das macht in den Menschen das ist gut, gut und gut für all diese Sachen wir haben das durchgelesen diese Sachen und dann sagt er auf das der Mensch Gottes vollkommen sei Halleluja und zu jedem guten Werk völlig geschickt oder vorbereitet durch Unterweisung durch Lehre durch Korrigieren durch mächtigen Fundament unserer Gerechtigkeit wird ein Christ vollkommener er erreicht immer mehr Vollkommenheit und ist bereit zu guten Werken die er dann die er dann tut nicht um gerecht zu werden sondern ausgehend aus seiner Gerechtigkeit will er auch gute Werke tun im Reich Gottes so oder so dienen mit großem Wunsch deshalb lese lese und lese und erforsche die Schrift Amen Nehmt ihr etwas für euch oder nicht danke soll das nicht in den Schubladen einfach landen пусть оно das ist wichtig das ist wichtig weil das Wort Gottes das wisst ihr das ist wie heute die ganze Elektronik das ist wichtig die weil alles gut gemacht ist und alles so mobil ist Gott hat dafür gesorgt dass wir durch das Wort Gottes die Gnade erkennen und dass das Wort Gottes uns weiser macht und uns fähig macht unerschütterlich und vieles, vieles andere. Ich werde abschließen mit dem letzten Bibelfersatz. Das ist Psalm 119. 98 bis 99 das ist der längste Psalm und längste Kapitel in der Bibel. Wisst ihr das? In deutsch 119 da. 118. 98 und 99 98 und 99 97 Es ist das, das? Es ist das, das? Ich werde frei übersetzen, wie das gesagt wird jetzt. In Russisch ist noch mehr und noch schöner beschrieben. Geboten. Geboten, das Wort Gottes. Geboten. Jesus hat uns zwei Gebote gegeben. Liebe den Herrn von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Und der Psalm-Singer sagt hier. Mit deinen Geboten hast du mich erschaffen, weiser als meine Feinde. Ja, wie? Wir fangen doch schnell an. Wen kann man lieben? Wenn jemand mich nicht liebt, liebe ich den auch nicht. Und bei uns ist alles gut damit. Und wir denken, dass wir weiser sind. Und die Bibel sagt aber. Und die Bibel sagt aber. Weiser wird das sein, wenn du deine Feinde lieben wirst. Fang an sie zu lieben und dann wirst du sehen. Und solche kardinalen Veränderungen wird das dann geben in deinem Leben. Früher hast du dich verflucht, jetzt segne sie und bete für sie. Und du wirst weiser als alle deine Feinde. Halleluja. Weil du nach den Geboten Gottes handelst. Und in denen ist Kraft. Aber wir denken. Was werde ich? Der hat mir doch. Einen toten Vogel über den Zaun hat er mir geworfen. Oh mein Gott. Ich werde meinen Huhn schlachten und ihn schmeißen über den Zaun. Koche lieber eine Suppe aus deinem Huhn und bring Suppe dem Nachbarn. Aber vielen ist nicht zu schade zu erwürgen eigenen Huhn und schmeißen über den Zaun. Wir handeln nicht so, wie das Wort uns lehrt. Und davon Probleme auf Probleme kommen. Und hier sagt er. Mit deinen Geboten hast du mich weiser gemacht als meine Feinde. Ich habe versucht mein Prinzip zu verändern. Und habe gesagt, na gut. Wenn du doch Gott bist und sagst mir, ich soll meinen Feind segnen und nicht verfluchen. Dann probiere ich das aus. Und du fängst an das so zu tun. Und dann sagt er, dadurch wurde ich weiser als meine Feinde. Wovon weiß er das? Weil er gesehen hat, die Nachbarn haben auf einmal Angst vor ihm bekommen. Die haben Angst vor seiner Weisheit bekommen. Als die Menschen zum ersten Mal beim Salomon seine Weisheit gesehen haben, steht geschrieben, eine Furcht hat sie ergriffen. Warum? Warum? Weil die haben verstanden, mit dem braucht man keine linken Späßchen zu machen. Er sieht und weiß alles. Und die waren in Angst. In positiver Furcht. Für einen weisen Mann ist das positiv. Und er sagt, diese Weisheit ist immer mit mir. Ich weiß nicht, aber mir gefällt das so sehr. Ich lese das Wort, erforsche es, wende es an. Ach so, von da kommt die Weisheit. Manchmal wird mir gesagt, du bist so weise. Ehrlich zu sagen, ich fühle mich gar nicht weise. Sehr oft schreicht zu Gott, Herr, was soll ich hier oder da tun? Aber von der Seite sagen viele. Aber meine Frau sagt sehr oft, dass ich so weise bin. Aber sie liebt es, noch mehr Unterweisungen zu geben. Das sagt, dass sie ein bisschen weiser ist. Ich bin weiser, aber sie ist nur ein bisschen weiser, damit meine Weisheit vollkommen ist. Das ist Spaß. Und 99. Letzter Vers. Ich bin weiser geworden als alle meine Lehrer. Denn ich sinne nach über deine Offenbarungen. Von da ist es. Ihr wisst, meine Ausbildung, was ist meine Ausbildung? Acht Klassen. Ich bin in einer Hochschule nicht. In einer Hochschule war ich nicht. Ich bin in der Technikschule umgegangen. Und sogar in einer höheren Schule bin ich den Zehnten Weg umgegangen. Ich habe nicht mehr gelernt als acht Klassen. Und ich dachte, was werde ich denn machen? Was werde ich im Leben überhaupt leben? Wie werde ich leben? Und ein Geheimnis werde ich verraten. Ich bin schon in Rente. Und ich habe ein gutes Leben gelebt. Aber ich habe immer die Bibel erforscht. Ich habe geliebt die Bibel. Das Wort Gottes. Bis zum heutigen Tag. Ich liebe die Offenbarungen, die ich dort finde sehr oft. Wieder und wieder und wieder. Die machen den Menschen weiser. Ich bin nicht gegen menschliche Weisheit. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Und sagt, er will nicht, dass wir weiter lernen. Lernt. 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 Wenn ihr Wünsche, Fähigkeiten habt, Ziele. Und Träume. Lernt. Lernt. Ja. Lernt gut. Aber es soll für dich immer Priorität sein für das Reich Gottes. Wenn du in eine Technikschule gegangen bist. Dann niesi туда, Jesus. Dann bring dorthin Jesus. Und zeig die Weisheit, die kommt aus der Erkenntnis der Schrift. Gott wird sich durch diese Weisheit offenbaren. Bist du in die Univerzität, und geh nicht allein? Ich geh dort nicht allein. Irgendwoll bin ich in die Welt habe. Geh mit Jesus. Und mit Wort Gottes. Geh in какое- modal bei mein Mongchemie geboren. Geh durchleiten, was du у舉ern kann. Lernt man selber? Oder wolltest du direkt arbeiten gehen, ohne zu lernen? Du operator für dieéisheit mit dir alleine. Geh nicht alleine. Geh mit der Offenbarungen. Gehe mit den Offenbarungen, die Gott aus dem Wort gibt. Und die Menschen werden sehen, dass du weiser geworden bist als deine Lehrer. Das ist wunderbar. Ich bin weiser geworden als alle meine Lehrer. Und unten ist die Antwort. Von wo kam diese Weisheit? Denn ich sinne nach über deine Offenbarungen. Und die machen den Menschen weiser. Erforscht die Schrift. Ihr wollt durch die, das ewige Leben haben. Aber die bezeugen über Jesus. Lasst uns beten. Otec Nibesnig. Vater im Himmel. Von ganzem Herzen danke ich dir. Für dein Wort. Für deine Offenbarungen. Die ermuntern uns wirklich. Die machen den Menschen wirklich weiser. Und dir ist großer Dank dafür. Gib uns, dass wir dein Wort lieben lernen. Gib uns, dass wir nachsinnen über deine Offenbarungen. Damit unsere Weisheit. Beleinig ist nicht auf menschlicher Weisheit. Nicht auf menschlichen Lehren. Sondern auf deinem Wort. Und auf deinen Offenbarungen. Dann wird auch die ganze Ehre dir gehören. Danke dir, Jesus. Ich meine, ich segne jeden von euch. Ich segne für diese Woche. Friede Gottes soll euch bewahren. Der Herr soll euch bewahren. Auf allen euren Wegen. Und euch beschützt. Von jeder Krankheit. Von jeder Seuche. Von allem Unglück. Und es soll euch nicht antasten, kein Corona-Virus. Idите und nicht beinahe. Geht und habt keine Angst. Und распространяйte Evangelium. Verbreitet das Evangelium. Ja. Приносите Славu Божию. Bringt die Herrlichkeit Gottes. Und bringt Früchte in sein Reich. Und der Segen Gottes. Soll dann nie dein Haus vorübergehen. Es wird dich immer erfüllen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe des Vaters. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sei mit euch allen. Amen. Halleluja. Danke allen für die Aufmerksamkeit. Ich will einen Bibelferst mit euch teilen. Ich will einen Bibelferst mit euch teilen. Und zwar ist das Kolosser Kapitel 1. Das ist Kolosser 1. Vers 13. 13. Und ja, dieser Vers, den habe ich jetzt letzte Woche gelesen. Und über den habe ich dann viel nachgedacht, so die letzte Woche. Und hier steht, Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes своего Söhnes. Also hier ist, das ist ganz interessant, hier ist also auch vom Reich Gottes die Rede. Hier ist also auch vom Reich Gottes die Rede. Und hier sind so zwei Teile, vielleicht kann man so sagen. Und hier sind so zwei Teile, vielleicht kann man so sagen. Also Punkt Nummer eins. Wir sind herausgeholt aus der Herrschaft der Finsternis. Первый Punkt, что мы извлечены из Царства тьмы. Also in einer anderen Übersetzung steht, Er hat uns befreit aus der Herrschaft der Finsternis. Das heißt, die Finsternis herrscht nicht mehr über uns, auch wenn sie überall um uns herum ist. Das heißt, die Finsternis herrscht nicht mehr über uns, auch wenn sie überall um uns herum ist. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Genau, also wir sind, auch wenn das Reich der Finsternis um uns herum ist, ganz nah an uns im Prinzip, weil wir leben inmitten des Reiches der Finsternis, kann man so sagen. Und trotzdem sind wir nicht im Reich der Finsternis, sondern wir sind versetzt in das Reich Gottes. Das ist so, wie ein Licht oder eine Lampen in einem ganz dunklen Raum. Auch wenn alles dunkel ist, diese Dunkelheit färbt nicht auf uns ab. Weil die Dunkelheit das Licht nicht besiegen kann. In Johannes Kapitel 1 steht ja geschrieben. In der Schlachterübersetzung steht geschrieben. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und in einer modernen Übersetzung steht geschrieben. Und die Finsternis hat das Licht nicht auslöschen können. Und das ist es eben, dass wir nicht im Reich der Finsternis sind, sondern im Reich Gottes. Und laut dem Wort Gottes hat die Finsternis keine Macht mehr über uns, weil wir aus ihrem Machtbereich rausgeholt sind. Und wie das Wort Gottes sagt, die Finsternis hat nicht mehr Macht mehr über uns, weil wir aus ihrem Machtbereich rausgeholt sind. Und wir sind aus der Finsternis, weil wir aus der Finsternis sind nicht mehr über uns, weil wir aus ihrem Machtbereich rausgeholt sind. Genau. Stattdessen sind wir jetzt in dem Reich, in dem der geliebte Sohn Gottes regiert. Und das ist alles nach dem Wort Gottes. Und das ist alles nach dem Wort Gottes. Und deswegen können wir daran glauben, uns daran festklammern. Und deswegen können wir daran glauben, uns daran festklammern. Genau. Das war es. Halleluja. Danke schön. Halleluja. Danke schön. Wir sind schon im Reich des Geliebte. Wir werden nicht irgendwann mal dahin gelangen. Das müssen wir verstehen. Uns so fühlen. Uns so einstellen. Und so leben. Nicht wie ein Besiegter, sondern wie ein Sieger. Amen. Das ist alles im Glauben. Das ist das, was uns die Schrift schreibt. Über die Menschen, die diesen Weg schon durchgegangen sind. Und das sagt uns darüber, dass sie mit Glauben gelebt haben. Und die sind uns als Beispiel hinterlassen worden. Halleluja. Halleluja. Halleluja.